Guten Morgen Leute und ganz herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann sehen wir uns gleich. Ich bin jetzt so weit fertig, ich habe mir gerade erstmal was zu essen gemacht. Heute fahren wir in eine andere Stadt, also meine Freundin und ich. Und wir fahren jetzt erstmal hin, dann seht ihr gleich in welcher Stadt wir heute sind. Und meine Tasche packen wir natürlich auch. So, also ich nehme jetzt mit meine Sonnenbrille, ein kleines Deo, das Mikrofon, worüber ich schon Video gemacht habe, ein Stativ, meine schöne Kamera, etwas zu trinken und mein Pulli. Das war es eigentlich schon. Das ist das, womit ich jetzt gehe. Genau. Ich pack jetzt noch meine Tasche und dann geht es auch schon los. Ich freue mich. Bis gleich. Und zwar sind wir in Bremen. bremen ist die stadt wo wir hingefahren sind richtig und es gibt so ein paar kleine cinematic schad das erste mal ob ich in bremen sogar bremen ist schon eine schöne stadt wo sie haben uns den komplett falsch im tag ausgegeben es ist jetzt gerade fast 30 grad oder so und das ist halt schon miese also wirklich wir haben jetzt gerade solche kirchen gefunden machen wir jetzt mal bilder die dann nicht auch am ende noch ein sie ist jetzt stehen geliehen und sie meinte dass das hier irgendwie alles und der land auch genau wo wir sind jetzt hier wenn wir mich leute wegen krieg und so und das echt schöne gebäude man verdammt ich sehe mein handy nicht ich sehe mein scheiß display nicht ich sehe nur meine meine fett spuren sagen das ist echt schöne gebäude da wo wir herkommen ist das nicht wir haben nur so drecks gebäude ich sehe mich einfach schon mal ich habe diese So Leute, ihr habt mal hier angekommen, hier zuhause, ist gar nicht geil, wie fandest du Brie? Natürlich. Gut, ich auch. Du bist gerade kaputt, aber nachher noch meine Hose voll. Genau. Und das war's jetzt so mit diesem Block. Ich hoffe, euch hat dieser Block gefallen, wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert diesen Kanal, wenn 3 Abonnieren bis zum 100 Abonnieren 0. Also abonniert. Das war's mit diesem Video, hol rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.